Guck mal, er schlägt mich hin. Hier, guck mal, ich schmeiß dir immer einen Amor raus. Kannst ja gucken, ob das was ist für dich. Boah, ja, wer hat denn das jetzt aufgehoben? Das ist auch nicht. Reflex. Oh, ich wollte gerade drücken. Jo, geil. Danke. Hier ist doch noch einer drin. Tötet den. Bin dabei. Oh, mein Peacock ist bei mir gespawnt. Ja, nee, ist klar. Hier oben. Ja, da krieg ich einen blauen Maze. Achso, da war ein Boss da oben. Oh, ich bin tot. Ach, guck mal, ja, achso. Meine Heilung kam zu spät. Läuft. Ist denn hier nur einer? Da ist immer noch einer. Meine Fresse, ey. Bam, 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 bam. Noll. Kacke, ich hätte normal fliegen sollen. Nein. Boah. Ob das mal von diesem riesen Berg darunter ist, ne? Ätzend, oder? Ja. Ja, ohne Gleiter schon. Machen die ja erstmal Rast, ne? Läuft. Da müsste es auch noch geben, so ein Zelt oder irgendwie sowas. Piknik machst du dann erstmal. Ja, dafür gibt es ja zwischendurch mal betten. Nein, dass du da spawnst. Hier, David. Dass du das vor der Burg aufbaust und dass du dann da spawnen kannst. Bin gleich am Eingang. Yeah. War das jetzt alles hier? Ne, muss nur ein Boss sein. Hier links. Hier lang müssen wir auch. Oh, ja, hier ist der Boss. Diekel. Hä, wo ist euer Boss? Ja, frage ich mich auch gerade, wo ihr seid. Ja, vornher links. Hä? Guck mal, der halt dich, der Typ. Ach, wie vorne links? Vorher links, bevor du hier herläufst. Boah, eigentlich hat der Typ, dass dieser Berg auch dazwischen ist, ne? Ja, Alter. Peter, pullt mal ein bisschen. Ja, da kam ich rein, da waren direkt alle da. Wie viel? Ah, Mama. Hilfe. Hier ist der Boss, hier rechts. Ja, dann rennt da hin. Machen wir erstmal die hier weg, ne? Wartet bitte, weil ich möchte den Boss auch gerne mitkriegen. Ja, dauert noch. Alter. Alter, sieben. Boah, viel zu viele. Wer hat sie denn gepullt? Und weißt du, Peter steht schon wieder hier oben im Raum, ne? Ich bin einfach stoff. Ja, ich renne weg, du Ochse. Warum? Weil ich 92 HP habe und sofort down, wenn wir nämlich anschießen. Du musst ja ausweichen mit mittlerer Maustaste. Ja, genau. Ja, mache ich permanent, also ich weiß nicht, was das Problem ist. Das musste ich die ganze Zeit machen. Ja, klar. Nicht mal wegrennen, dann ist ja auch unser Damage weg, den wir brauchen. Na gut. Ich glaube, aber ich mache schon genug Damage mit meinem Mage. Machst du Scheiß? Wartet noch, bevor ihr Boss macht. Ach, seid ihr alle gestorben? Ja, klar. Ja, ich war irgendwie One-Hit oder so. Ja, klar, sagt er. Ich bin jetzt wieder hier in der Burg. Hallo. Hi. Ja, ich bin auch in der Burg jetzt, aber... In der Borg. In der Borg. Was? In der Borg. Gibt's nicht Andy Borg, oder wie der heißt? Ja. Ja, stimmt. Was ist das nochmal für einer? Schlagersänger, oder? Ja, ne? Geil. Warum kenne ich sowas? Schäm dich. Komm, Sepp. Zeig dir was. Wo bin ich denn jetzt gestorben? Warte, ich bin auch wieder tot. What the fuck? Ja, ich frage mich ja da auch. Ja, keiner. Da unten. Ach so. Alter. Boah. Wie soll ich denn da runterkommen? Kann ich mich an deinen Beinen festhalten? Hier, hinter dir, Pitter. Du bist in die falsche Richtung gerannt. Ach so, sind die anderen alle down? Ja. Pass auf, da ist eine Falle, ja. Okay. Pass auf, da ist eine... Okay, sorry. So wie du. Diese verdammten Fallen. Oh, die Rebellen her. Hä? Hui. Oh, der hat ja was. Ja, guck vor. Sehr gut. Ich kann mal gucken, was ich hab. Was kann ich denn anziehen? Ach guck mal, haben wir doch schon ordentlich Level gekriegt, jetzt in der kurzen Zeit. Ach hier, David, guck mal. Neh mal das hier. Level 11. Juhu. Sei da schon mal im Boss, ne, ne? Ne. Ich muss ja unbedingt mal Tränke machen, die sind eigentlich ganz cool, so im Bossfight. Stimmt, ne? So Tränke wär mal gut. Sechs Stück Kabel noch. Hab ich ja auch nicht gesagt vorhin. Ja, da hatte ich ja noch nicht so viele Zutaten. Ich hab Gegner am Arsch, neeein. Komm reingelaufen. Wo seid ihr? Dein Boss? Hier, hier, hierhin. Wir warten auf dich, um alles kaputt zu machen. Was machen wir denn jetzt? Pullen wir den Boss nur? Ne, warte hinter uns erstmal, hier gehe ich nach. Ja. Vorsicht, Stacheln. Heilung, bitte. Ach, da unten ist der Boss. Ja. Ist da nicht nur eine Patrouille, ne? Ja, rechts sind noch welche, ne? Aber lass den alleine da rauspullen, oder? Ja. Und dann da unten in den Raum links runter? Ah, ist so gefährlich, weil da nur andere Gegner sind. Oder raus. Äh, guck mal, ob du die anderen Gegner nicht anschießen kannst. Einfach rechts hinstellen und dann... Ach ja, genau, die laufen ja neben vorbei. Ah, cool. Du musst nur dein Pat hier wieder raufziehen. Bamm. Level up. Sauber. Richtig gut. Mehr sind aber nicht, ne? Nö. Ja, jetzt einfach drauf, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ja, dann, dann, oh mein Gott. Kämpft unten. Feuerball ins Gesicht. Nein, wie ich ihm einfach gar kein Damage mache. Noch 40 gehe ich hin. Boah, der hat voll den fetten Bart. Ich mache echt gar keinen Damage. Ja, doch jetzt. Ich glaube, wenn er liegt, dann machst du sowieso mehr, ne? Ja. Boah, warte. In meinem Sniper-Modus rastet man ja richtig aus. Was ist das denn? Zoomst du dann an? Ja. Guck mal, da kommt der Grabber schon mal hier angeschrubbt wieder. Ja klar. Was soll ich denn machen, wenn du ein Ankerber bist? Ja, nicht immer alles einsacken, ey. Jawolle. Ja. Nice. Oh, schade. Wieder zwei Devil bekommen, okay, was macht denn das? Connor, Bracklet kannst du mir mal geben. Nö. So, zack, jawoll. Nice. Das ist echt der Wahnsinn. Jo, gut, ne? Ja. Happy Lippi, aber happy. Warum kriege ich dann nicht? Ich bin doch der Damage-Dealer. Nix. Du bist dann ein Heiler, oder was? Du sagst dir doch auch sonst die ganzen Sachen ein, Peter. Du hast doch genug. Ich hab die doch gerade hingeschmissen. Ja, ja. So, komm, das nächste Kreuz ist ja Richtung Süden. Ja, ja. Ja, ja. Mann, das sieht so geil aus. Ah, Sepp, jetzt hab ich ne kleine Chance. Shop den Teleport. Juhu. Du Wichser. Du hast keine Chance. Ich hab echt keine Chance. Dann kriegt der Heiler so ein super Item. Ja, der soll ja auch mal gut heilen. Nein, wir brauchen Damage. Dann können wir nicht dem geben, der immer sobald ein Mob auf ihm ist, in einen anderen Raum rennt. Doch, klar. Oh nein, der hat mich gesehen. Ja, Magier. Der hat mich direkt ins Auge geguckt. Der hat das gesehen, Leute. So ein Echter wäre bestimmt geil, die Klasse, wenn so ein Echter im Wald rumläuft. Hua. Ich mit so einem langen Mantel. Ich schwör, der hat sich bewegt. Ich schwör, Lahn. Ich schwör, der hat drüber nachgedacht. Der wollte mich töten. Der hat ein Oger, soll man dich töten? Ja, klar. So orange. Ja, ist nur noch orange, eben. Oh, Alter. Der Boss wird richtig übel. Boah, der wird richtig krank. Warum bist du denn schon da? Ist das dieser Org-Boss da oben? Äh, Troll. Der ist der Superflieger. Er sagt, der wird richtig hart so und ich träum noch nicht mal davon, den zu sehen. Wo seid ihr denn? Ach da. Ich geb mir voll die Mühe. Erstmal hier hoch irgendwie muss ich. Ich will reiten. Wie geht das? Ah, sehr gut. Oh mein Gott. Ähm, drückst du eher kurz aus deinem Pet. Ja, stimmt. Aber mein Gott. Direkt ein Bildschirmfoto machen. Komm. Ich halte mein Peacock die Augen zu und sitze am Kopf. Ich mach Karussell. Ja, Karussell in der Luft. Was ist los? Wo seid ihr denn, ey? Ui. Wo ist denn der Gegner? Oben am Berg. Hier hinten. Achso, gar nicht da oben am Berg. Lol, nicht quäl mich hier den Berg hoch, ey. Hey, da bist du Sepp. Da bist du Sepp. Und da fliegt er. Peacock. Kannst du reiten? Ey, yo, was geht? Bitte? Kannst du gerade reiten? Ja. Eigentlich nicht gerade. Aber guck mal, wie der da drauf sitzt. Wo bist du? Ja, warte. Oh mein Gott, ich hab den gepullt. Oh mein Gott, bist du wahnsinnig. Der rubbelt sich immer am Hals und hält ihm die Augen zu. Ich hab den einfach umgetreten. Ist mir doch egal. Ja, siehst du? Ja, hier. Warte. Lol, yo. Der kloppte erst mal den halben Berg. Der pickt sich so am Kopf fest. Der hat aber einen starken Hals, der Peacock. Piss dich. Wir können ihn besiegen, Sepp. Jawolle. Da müsstest du bei jedem Ding... Seid ihr schon an dem Boss dran, oder was? Ja. Bei jedem Stoffer... Ja? Ja, der Sepp hat den aus Versehen gepullt, indem er reingeflogen ist. Der kommt dann ein bisschen hier zu uns hingelaufen, mit dem zumindest. Aaaaaaah! Helfer! Wie viel läuft der noch? Ach, der ist noch. Keine Ahnung. Oh, ich glaub, ich hab Argo kandert. Ja, klar. Der Vettel hat er verloren. Okay. Den Vettel hat er verloren? Krass. Der hat den Vettel verloren? Bam! Wenn er manchmal so leckt, ist das von dir Sebastian wahrscheinlich, ne? Ja, hatte ich jetzt gerade auch das... genau so das Leck. Ich dachte, hier wär irgendwas mit meiner Aufnahme scheiße. Na, ne, das leckt, wenn er so Erdklötze weghaut, weißt du? Ja, super, krass. Alter, das ist ein riesiger... Was ist das denn für ein Urlaub? Ja, schneller können wir nicht. Ah, ich seh. Das ist ja riesig. Warte, lass mich noch mit dran, bitte. Okay, alles klar. Yeah, Level up. Boah, wie nice. So, ihr Wächter. Alles meins. Das Longsword kannst du mir geben, Fitter. Ja, wir können ja tauschen. Der David hat das schon gekriegt. Aber jetzt kommt er wieder an, weißt du? Ja, du kannst es ja nicht gebrauchen. Doch, zu verkaufen. Lol. Der ging aber eigentlich. Ich bin ja nett. Wo gehen wir denn jetzt hin? Und ich gehe recht, Fitter, also. Na, na. Also, das ist... Ja, eigentlich können wir wieder zur Stadt, weil hier in der Nähe ist nichts mehr. Obwohl, ne, hier, nimm wieder, das bringt mir nichts. Verchecks. In der Nähe ist nichts mehr. Witz da drauert. Kann ich mal auf dein Pferd. Kann der was? Wie das aussieht. Ja, das ist ganz lustig, das Ding. Guck mal, ich bin mit deinem Pferd verschmolzen. Ja, das sieht so aus, als wenn dein Pferd ein Schwert hätte. Im Arsch decken. Leider geht es nicht mit den Bracern zusammen. Ja, aber ich probiere das mal aus. So, was können wir denn jetzt noch machen? Ja. Ja, also Richtung Stadt ist eigentlich der kürzeste, weil sonst wird irgendwo was angezeigt. Ja. Was? Der Rock, oder was? Welcher Rock? Achso, ne Feiersalbe. Wie wäre es denn, wenn wir nach Kroger Castle noch rüber gehen und dann zur... Ich weiß nicht, das bringt eigentlich nichts, so ein Castle zu machen, wo nichts ist, weißt du? Ja doch, da ist ja ein Boss drin. Ja, aber du kriegst doch fast nichts. Ja, wir kriegen das Item, aber ich dachte, wenn wir jetzt einmal hier sind, so, weißt du? Weil sonst redet man ja nur hin und her, die halbe Aufnahme. Meinst du? Ja. Ich könnte mich auch mal ins Wasser stellen und Tränke machen. Ich kann mich ja einfach dann trotzdem da vorbeigehen. Wo? Ja, hier zum Rock of Durarov. Ja, gut, dann lass da hin. Den hab ich gleich. Ja, da wolltest du jetzt zur Stadt und dann, ne, ne? Ja, das ist jetzt doch was blöd, oder? Können wir lieber noch einmal durchziehen. Ja, finde ich auch. Dann lass direkt da hin. Zu welchem? Wo ist das denn? Rock of Durarov. Achso, okay. Ja, dann können wir auch noch die Dinge jetzt mitnehmen, die Kroger Castle.